Hallo, grüßt euch zu diesem neuen Video hier auf meinem Channel. Heute geht es um ihn hier, den Power More 250 Akku-Pack von Bosch fürs Smart System. Ja, es ist ein Akku-Pack, wo man sagen kann, für mich immer liebevoll genannt, den kleinen Reservekanister fürs E-Bike. Einfach einen zweiten Akku dabei zu haben für eine längere Tour, da macht es schon irgendwie Sinn, dass man einfach mit Strom mitnehmen kann, vor allem hier vom Gewicht her. Wir haben irgendwas so 1,8 Kilo, also das ist kein Problem, das kann man auch noch locker am Fahrrad mitführen, ohne jetzt groß auch eine Unwucht hinzubekommen. Einen zweiten Akku mitzunehmen, einen großen, finde ich immer schwierig, vor allem Rucksack von der Unfallgefahr her, aber genau eh hier gehörten diese Lücke für mich da rein. Aber Power More 250 hat so ein paar Fußangeln, dass er auch an eurem Rad dementsprechend funktioniert. Mein Fahrrad ist jetzt derzeit Power More Ready und ich konnte mal testen für euch, ein paar Erfahrungen sammeln, wie dieser Akku-Pack einfach sich so in meinem Alltag eingebautet, oder wo ich sagen kann, macht er Sinn oder macht er wirklich keinen Sinn. Schauen wir uns heute einfach auch nochmal an. Bevor ihr jetzt aber einfach sagt, yes, ich möchte dieses Teil haben, renne in Dexion Bike Shop und bestelle ihn mir. Punkt Nummer 1, Preispunkt beachtet bitte, ihr müsst ihn auch nutzen. Wir reden hier von 470 Euro plus minus für diesen Akku-Pack. Ist nicht günstig, okay, ist Bosch original und ist auch vernünftige Ware. Alles schick, kann ich mit Leben, funktioniert. Soweit alles schon mal klar. Ihr geht aber in euren Bike Shop und sagt, ja, ich möchte diesen Power More haben und dann wird der Verkäufer zu euch sagen, wenn er von seinem Job ein bisschen was versteht, wird er fragen, ja stopp mal, was hast du für ein Fahrrad und kann dein Fahrrad überhaupt Power More? Da sind wir nämlich genau an diesem Punkt. Power More geht nämlich nicht auf allen Rädern. Das ist nämlich so ein bisschen die Krux da dahinter, wo man einfach schauen muss. Da muss euer Bike-Hersteller diesen Power More auch in der Software freigegeben haben, aber auch in der Hardware. Fangen wir mit der Hardware mal an. Ihr braucht einfach an eurem Fahrrad die passende Ladebuchse, dass ihr halt so zwei Haldenasen habt, das Stecker, der wird nämlich verriegelt, dass ihr da auch vernünftig hebt. Ja, das macht irgendwie schon Sinn. Coole Geschichte. Habt ihr die Hardware drin, dann könnt ihr schon mal da sagen, Häckchen dran hat funktioniert. Ihr braucht aber auch noch in eurer Bike Software die Freischaltung für diesen Power More Zweitakku, weil es ein bisschen an der Geschichte von Dual Battery mit dranhängt und deswegen muss auch euer Hersteller quasi diesen Akkupack in der Software freigegeben haben. Oder er gibt ihn in dem Nachgang einfach dementsprechend frei. Was heißt das? Habt ihr ein Bestandsfahrrad? Sehen wir gleich am Rad noch. Da könnt ihr mal nachschauen, ob schon generell freigegeben wurde. Oder meine Empfehlung ist ganz einfach, einfach mal einen Anruf bei eurem Bike-Hersteller zu machen in der Hotline und nachzufragen, ob ihr eine Freischaltung bekommen könnt für diesen Power More. Hat mehrere Gründe. Und der größte Grund ist einfach gerade der, dass man halt festmachen muss an den Flaschenhalterung vom Fahrrad. Und die hat eine Freigabe im Regelfall so für eine Flasche. Aber das Ding wiegt halt nun mal 1,8 Kilo. Das heißt, da ist ein bisschen mehr Gewicht drauf. Dann kann da auch Kräfte drauf wirken, die auch in den Griff zu bekommen sind. Deswegen muss man schauen, welcher Fahrradrahmen kann diesen Power More einfach vernünftig aufnehmen, dass er auch gescheit und nachhaltig hält. Das ist der größte Punkt, den ich aktuell rausbekommen konnte, wo gerade viele Hersteller einfach zögern, da mit der Freigabe für die passenden Räder. Macht auch irgendwie Sinn. Aber ganz wichtig, mein Grund an euch oder mein Gedanke an euch, fragt einfach mal nach beim Hersteller von eurem Fahrrad, ob ihr eine Freischaltung bekommen könnt oder ob eine in Arbeit ist oder ob es heißt, macht von der Mechanik irgendwie keinen Sinn. Kann man alles abchecken, genauso auch Ladebuchse müsst ihr einfach haben. Soweit schon mal dazu. Warum ist das Fakt einfach so? Ja klar, dieser Power More wurde ursprünglich ja gebaut fürs SX-Motorenkonzept von Bosch, also für die Light E-Bike-Motoren. Deswegen auch ein kleiner Akku, ein leichter Akku mit leichtem Motor, dass man auch mal E-Bikes und Räder hinbekommt, wieder unter den 17 Kilo. Dafür macht es auch wirklich richtig mega Sinn. Und da funktioniert es einfach auch schon mal richtig, richtig cool. Dann muss man einfach mal gucken, wenn ihr die Hürden alle genommen habt und euer Rad ist Power More Ready, Bestandsräder, checkt's ab. Bei neuen Rädern, guckt einfach mal nach. Vor allem schon mal mein Tipp, wenn ihr euch ein neues Fahrrad kaufen möchtet, fragt beim Kaufen gleich mal nach, ob euer Fahrrad Power More Ready ist. Da braucht ihr euch nämlich nachher keine Füße mehr wundlaufen zum Freischalten. Wo man das sieht, was man das sieht, sehen wir gleich am Fahrrad, ob es generell auch Power More Ready dementsprechend ist. Das würde ich sagen, gehen wir mal rüber ans Fahrrad und schauen uns mal an, Installation, Display, was sehe ich wo und dann können wir uns, wir treffen nachher hier und dann schauen wir uns die restlichen Fakten einfach ein ganz klein bisschen an. Dann schauen wir doch mal nach, was für Einstellungen man sehen muss, dass euer E-Bike auch Power More Ready ist im Smart System Universum. Gehen wir mal rein in die Einstellungen, dann mal auf mein E-Bike und dann runter auf die Komponenten. Und da sieht man schon mal recht schön, dass wir jetzt hier haben, einmal die Bedieneinheit, klar, Antrieb, Akku kennen wir schon alles. Akku ist jetzt einer drin, der am Rad auch dran ist, klar, das Display, Connect Modul, aber hier unten kommt einfach mir jetzt ein Punkt mehr, das ist das Thema Power More. Gehen wir mal rauf und da ist immer so eine nette Meldung, dass man jetzt hiermit quasi den Power More anschließen kann und mit seinem Rad verbinden kann, wenn die Buchse passend am Rad dran ist. Thema Buchse, ab, mal runter ans Rad, an den Flaschenhalter und dann schauen wir mal nach, wie man den Akku am Rad montiert. Schauen wir mal nach, was am Rahmen so dran ist, nämlich hier eine Flaschenhalterung für diesen Akku, für diesen Power More 250er Pack, die ist auch beim Akkupack so weit dabei. Ist eine Kunststoffhalterung mit so einer Schnappnase, um jetzt hier einfach halt auch den Akku zu verriegeln. Zum reinsetzen ist es relativ einfach. Reinschieben, bis er einrastet. Ja, das ist auch so weit finde ich okay. Die Halterung könnte ein bisschen stabiler sein, aber macht einen coolen Eindruck, das passt schon mal so weit. Zum rausnehmen vom Akku das gleiche wieder. Ich Knöpfchen drücken hier und dann kann man einfach die Seite rauskriegen. Da halt ein bisschen aufpassen, dass ihr keinen großartigen Dreck euch in diese Laufschienen reinbekommen. Es macht einfach keinen Spaß, es raus und rein zu bekommen. Ich glaube, das Likonspray macht da ab und zu auch schon Sinn. Zum Montieren relativ einfach. Nehmen wir unser Kabel, das wir hier haben und dann haben wir hier diesen Stecker. Den gibt es in zwei Richtungen. Einmal nach oben, einmal nach unten. Meiner schon in dem Fall, der nach unten geht. Und dann kommt der hier einfach rein und der verrastet hier auch mit diesen zwei Haldenasen, dass er wirklich gescheit hebt. Und dann kann man da damit einfach draufstecken. Beide Nasen verwischen. So, passt. Und dann noch die kleinste Aufgabe, den Stecker noch in den Rahmen einstecken. Klar, hier ist auch wichtig, die Buchse ist halt mit diesen zwei äußeren Haldenasen, damit auch hier der Stecker mit diesem Verriegelungsmechanismus verriegelt werden kann, dass er euch während der Fahrt nicht rausrutscht und wenn Strom vom Fahrrad weg macht, irgendwie Sinn. Also ist cool drin. Und zum rausnehmen ist er verriegelt, aber sobald er ihn hochzieht, dann entriegelt er auch wieder und man kann ihn gescheit rausnehmen. Die Kabellänge hier müsst ihr halt auf der passenden Länge besorgen. Bei mir sind es ungefähr 10 cm an passendem Kabel. Muss ich noch nachbestellen, dass man halt da auch die passende und vernünftige Kabellänge drin hat. Dann schalten wir unser Fahrrad doch mal ein. PowerMorsch eingesteckt und jetzt können wir auch mal gucken, ob er im Display und in der Konfiguration auch schon sichtbar ist als zweiter Akku. Hat so ähnliche Einstellungen wie bei Dual Battery. Klar ist ja eigentlich alles andere außer Stromversorgung und CAN-Bus-Kommunikation, aber passt. Schauen wir mal rein in die Einstellungen rein. Und dann gehen wir auf mein E-Bike und dann schauen wir mal in den Komponenten nach, was wir da jetzt haben. Und hier haben wir jetzt nämlich den einen Punkt mehr, nämlich hier den zweiten Akku. Da steht er nämlich. PowerMore haben wir immer noch als Punkt, als quasi Freigabepunkt, aber wir haben hier einen Hauptakku und einen zweiten Akku. Hauptakku ist euer Intube-Akku in dem Fall oder mein Intube-Akku, der 750er. Und der zweite Akku ist jetzt quasi hier mein PowerMore. Und den sieht man hier auch komplett mit allen Daten genauso auch. Und ab sofort ist das Rad dann quasi mit zwei Akkus, also mit in dem Fall einer Kilowattstunde Strom, nutzbar und fahrbar. Finde ich eine coole Geschichte. Hat soweit relativ einfach funktioniert. Sieht man auch recht schön, welche Einstellungen da im Menü einfach da sind, was man einfach da noch einstellen kann oder auch sehen kann, dass alles soweit rund läuft und man auch seinen PowerMore anschließen kann. Ihr seht, die Montage am Rad super entspannt, super easy. Zwei Schrauben in den Rahmen reindrehen, das kann eigentlich jeder in Flaschenhalter. Und das Thema auch schon erledigt. Die Montage mit dem Ab- und Dranmachen finde ich jetzt ein bisschen mit diesen Laufschienen, ob das eine gute Idee ist. Die muss man relativ gut pflegen, mit Silikonsprit damit auch sauber und nachhaltig laufen. Und vor allem, wenn ich halt auch mal im Dreck fahre, dann können die auch ein bisschen unsauber werden, deswegen da ein bisschen drauf aufpassen. Aber noch viel wichtiger, ihr könnt diesen PowerMore auch am Rad einzeln nutzen, ohne einen zweiten Akku drin zu haben. Ihr könnt auch nur mit diesem fahren. Klar mit der kleineren Leistung, logisch. Aber bei meiner Konfiguration kann ich auch einen einzelnen Akku und nur diesen PowerMore einzeln fahren. Warum auch nicht? Thema PowerMore und zwei Akkus am Rad. Wie entladen die sich eigentlich? Ihr habt ein Kabel angeklemmt zwischen PowerMore und Fahrrad. Ganz einfach sind beide voll aufgeladen und ihr habt beide am Fahrrad dran, dann werden die synchron quasi leer gezogen. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Ihr habt einfach dann in rechnerischer Summe einen 1 Kilowattstunden Akku in meinem Fall. Also 57 im Rahmen. 52 auf dem Rahmen. Habe ich jetzt an der Zeit 1 Kilowatt Akku am Fahrrad dran, der dann mir den Strom fürs Fahren einfach bietet. Werden parallel leer gezogen. Wenn das Fahrrad leer ist, sind beide auch danach komplett leer. Klar, ihr könnt auch nachher einstecken, dann habt ihr noch als Reserve dabei. Aber warum sollte ich das tun? Außer ich habe zwei dabei, dann macht es auch dahingehend vielleicht schon mal Sinn. Zum Thema Kabel noch ein paar Worte. Diese Kabel, die es gibt für dieses PowerMore-System, ist ein bisschen, ich würde mal sagen, ein schwieriges Thema. Es gibt mittlerweile gefühlt 100.000 verschiedene Kabel. Ganz so arg ist nicht. Es gibt aber zwei verschiedene Sägen. Einmal gibt es nämlich eine Säge mit diesem Stecker einmal so rum und einmal so rum montiert. Und in meinem Fall habe ich mir den mit Sitzrohrmontage geholt. Das heißt, der geht quasi hier nach hinten am PowerMore weg, Richtung quasi den Rahmen. Den gibt es aber auch andersrum zu montieren. Dann geht er nämlich so rum rein, dann geht er nach oben weg. Das ist die Frage, je nachdem, was ihr halt für einen Fahrradrahmen habt, müsst ihr halt euch den passenden Kabelsatz dazulegen. Ich habe mir jetzt einfach dieses Kabel mal geholt. Am Anfang, das längste, wo es gibt, mit 70 cm, glaube ich. Gibt es auch noch kürzere, genau kürzere. Ich habe mir jetzt eines bestellt mit rund 10 cm, weil es langt dann nämlich genau von meinem PowerMore bis zur Ladebuchse. Und da habe ich dieses Kabelgewurstel nicht dran. Ist mir jetzt auch soweit völlig schick, muss ich mir jetzt keine Sorgen gerade machen. Ich komme die nächsten Tage an und da kann ich diesen Akkupack wirklich nachhaltig nutzen und auch im Alltag nutzen. Und das werde ich ihn auch nutzen, dass er einfach auch am Leben bleibt und im Fahrradleben drin bleibt, dass man auch jeden Tag mitnutzt. Aufladen. Leider, wenn ihr ihn aufladen wollt, wird ja er hier über die Buchse hier unten geladen, euer Fahrrad an der Ladebuchse, dann müsst ihr halt leider euer Kabel entnehmen oder rausnehmen und halt den Akku so aufladen. Klar, er ist ja gedacht, auch als temporäre Lösung. Da wäre es schön gewesen, eine zweite Ladebuchse dran zu haben, wenn man sich auch die Verkabelung dran lassen könnte und beide synchron aufladen könnte. Ich muss halt zum Aufladen derzeit zwei Ladegeräte haben und oder nacheinander jedes Komponenten, sprich Fahrrad und danach den PowerMore separat aufladen. Ich hoffe, ihr wisst, was ich damit meine. Aber soweit für mich richtig schick. 1 kW Strom zu haben am Rad, klar, macht Sinn, aber denkt drüber nach und auch nochmal 1,8 Kilo schwerer. Als Tourenfahrer sehe ich damit gar kein Problem. Da macht es für mich schon richtig, richtig Sinn. So, mein Fazit nach den ersten zwei Wochen mal PowerMore fahren. Die Halterung, die von Bosch dabei ist, diese Flaschenhalterung und reinschiebt, die Idee mit dem Dreck und mit den Schienen, die ist nicht ganz so prickelnd, muss ich ganz ehrlich sagen. Da muss man relativ arg aufpassen, damit die Schienen auch sauer bleiben. Vor allem auch so ein Fahrrad im Alltag, wo einfach mal Matsch, Dreck, Schnee dabei ist, muss man schon relativ arg sauber halten oder einfach am Fahrrad dran lassen. Das ist der einfachste Weg. Wenn ich im Sommer eine Tour fahre, habe zwei dabei, dann muss ich ihn wechseln. Deswegen dann einfach die Schienen ein bisschen pflegen mit Silikonspray oder halt einfach auch super, super sauber halten. Das ist ein bisschen meine Kritik, die ich habe, wo ich sage, naja. Das Thema Freigabe der Akkupacks für die Fahrradtypen, eine einfach relativ simple Geschichte muss weiß und den Hintergrund mittlerweile ein klein bisschen im Griff hat, wo ich sagen muss, mittlerweile ist für mich dann logisch. Klar, mit einfach paar Punkten zur Freigabe. Einmal die Hardware muss da sein mit der passenden Ladebuchse und diesen Haldenasen. Aber auch das Software muss es können. Aber das ist nicht das Problem, sondern auch das Fahrrad muss es einfach vom Gewicht her ab können, weil an eurem Rahmen einfach nochmal 1,8 Kilo dran hängt. Eine Flasche wiegt im Regelfall 400 Gramm. Wo auch dann die Kräfte aufgenommen werden können und müssen von diesen Montagepunkten am Rahmen. Auch für mich völlig logisch. Da heißt dann aber einfach nur, ihr geht zum Bike-Händler oder ruft mal an bei eurem Bike-Hersteller, ob er eine Freigabe für dieses Fahrrad speziell machen kann. Und dann könnt ihr auch bei eurem Händler des Vertrauens so eine Freigabe euch abholen, wenn es generell global funktioniert. Soweit okay, kann ich gut nachvollziehen. Macht für mich auch irgendwie schon mal Sinn. Thema Zielgruppe und wo stecke ich diesen kleinen Reservekanister für das E-Bike ein ganz klein bisschen hin. Jetzt mal ganz ehrlich, wenn wir mal gehen in den Bereich Gravel-Bikes oder Light E-Gravel-Bikes, Light E-Bikes, Light MTBs. Ich will Räder haben unter 17 Kilo oder unter 20 Kilo mal auf jeden Fall. Coole Geschichte und ich habe eine wesentlich kleineren Reichweite. Auch völlig klar. Aber natürlich nur 1,8 Kilo und keine 5 Kilo oder 6 Kilo. Schon mal eine ganz coole Sache. Ja. Da stecke ich ihn auch ein ganz klein bisschen hin. Am Sportgerät wiederum, wie am Light MTB, würde ich dann doch eher auf einen Intube-Akku gehen von der Stabilität her. Weil diesen Pack-Akkupack am Rahmen oben hängen zu haben, einzeln, weiß ich nicht. Wenn ich wirklich Sprünge mache und gehe in den Bikepark, dann finde ich die falsche Lösung. Deswegen nehme ich genau schon, wo sehe ich ihn dann wirklich. Im Bereich von SUV, Tourenfahrer, Trekkingrad, Cityrädern. Wo ich wirklich mal einen zweiten Akku brauche, um einfach längere Touren runterreißen zu können. Genau da stecke ich ihn hin. Wenn ich wirklich weiß, ich fahre mal eine Tour, wo ich jetzt mal in meinem Fall die 70 Kilometer oder 60 Kilometer, was mein Intube-Akku kann, überschreite. Habe aber keine Lademöglichkeit. Und den bekomme ich auch im Rucksack noch ohne große Unfallgefahr mitgeführt. Einfach recht klein, leicht. Den kann man mitnehmen. Und den kann man auch dann problemlos noch in der Tasche am Rad mitführen, weil einfach das Gewicht nicht allzu groß ist. Und dann mache ich halt aus meinen, sagen wir mal, 70 Kilometer auch mal locker meine 90 Kilometer Reichweite. Und die am Tag zu haben, reicht mir persönlich oftmals aus. Bei 100 Kilometer ist auch so ein bisschen meine persönliche physische Grenze, wo ich sage, der Kopf ist irgendwann auch nicht mehr bei der Sache. Dann macht es auch keinen Sinn. Deswegen ein Power More, eine ganz coole Geschichte für den Tourenfahrer. Oder wenn ich persönlich mal eine längere Tour fahren möchte, macht es Sinn. Oder am Mountainbike. Wenn ich aber wirklich weiß, dass ich wirklich jetzt nicht gerade in den Bikepark gehe, sondern im Mountainbike einfach nur mal meine Touren fahren möchte, auch mal einen Trail mitnehmen möchte, sehe ich jetzt auch kein größeres Problem. Aber wie gesagt, im Bikepark sehe ich ihn definitiv nicht. Soweit mal mein erstes Video zum Thema Power More von Bosch. Wo ich ihn hinstecke, wie cool ich ihn finde, ob ich ihn weiterhin fahren werde. Ja, werde ich. Gar kein Thema. Und ich kann euch nur sagen, wenn ihr euch einen holen wollt, fahrt längere Touren, bevor ihr euch einen zweiten großen Akku holt. Würde ich mir lieber zwei kleine holen. Einmal sind sie wesentlich leichter als Einzelstück. Und halt wesentlich handlicher auch zum Mitnehmen als einen großen Intube-Akku. Und das Gehäuse ist wirklich gemacht, dass man es auch mal außerhalb des Fahrrades bewegt. Und nicht so ein Aluminium-Klopper, wie halt der klassische Fahrrad-Akku, der hinter mir am Regal hängt. Dahingehend macht es schon mal Spaß. Hör die Kommentare einfach mal unten voll mit den Gedanken, was ist um dem Thema kleinen Power More, den Reservekanister fürs E-Bike. So ein bisschen davon haltet, ob ihr auch einen holen wollt, ob euer Fahrrad ready ist. Und dann könnt ihr auch mal auschecken mit dem Händler oder bei eurem Hersteller, ob euer Fahrrad da dafür geht. Und dann könnt ihr auch mal in die Kommentare schon reinschreiben, was ihr für ein Fahrrad fahrt. Und da kann man auch mal abchecken, wo gerade die Reise auch hingeht in Zukunft. Für wen ist dieses Produkt dann ein cooles Produkt, für wen vielleicht weniger. Noch ein Abo da lassen, noch ein Like da lassen. Und dann passt da auch keine weiteren spannenden Folgen. Bis dahin, macht's gut und ciao! Bis dahin, macht's gut. Bis dahin, macht's gut. Bis dahin, macht's gut. Bis dahin, macht's gut und Na bestemos? Untertitelung des ZDF, 2020